Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop-Video. Gestern Morgen hatte ich leider etwas wenig Zeit und dann lohnt es sich nicht mehr um 12 Uhr ein Shop-Video aufzunehmen. Schreibt mir gerne, ob es für euch sich noch lohnt, wenn ihr um 12 Uhr, jetzt manchmal natürlich am Wochenende, ein Video kommt. Denn während der Schulzeit ist es etwas anderes, wenn es erst nachmittags kommt, dann sind die meisten ja so zuerst zu Hause und kommen vielleicht dazu, so ein Video dann zu sehen. Aber am Wochenende schaut ihr meistens die Shop-Videos eher frühmorgens oder spätabends. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen, dort ein bisschen Feedback zu hören. Generell schreibt mir Feedback in die Kommentare, lasst ein Abo da, wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen. Und ich würde mich natürlich auch über ein Like freuen und jetzt schauen wir uns alle neuen Skins an. Ich habe schon gesehen, dass wir einen neuen Stil für den Mech haben. Der hat ja auch hier den aufgeladenen Kampfkunst-Emote integriert. Sieht ziemlich krass aus. Dann hat er jetzt eben halt auch noch einen zweiten Stil bekommen. Und zwar einmal hier richtig schön in Silbern. Sieht richtig cool aus, wie ich finde. Feedback natürlich auch. Gefällt mir auf jeden Fall. Beide Varianten. Sieht nice aus. Dann habe ich hier den Rennfieber-Charakter. Sieht eigentlich ziemlich nice aus, das Skin. Wobei ich eigentlich etwas mehr Details erwartet hätte für einen epischen Skin. Trotzdem sieht der Helm natürlich ganz cool aus. Und generell ist der Skin ganz in Ordnung auf jeden Fall. Der Männchen-Skin. Man kann glaube ich beim weiblichen Skin genau auch noch den Helm abnehmen. Wobei ich das bei dem Skin tatsächlich gar nicht so cool finde. Allerdings beim Männchen-Skin sieht das noch ganz nice aus. Ohne Helm. Ja, das Skin sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Dann gibt es noch den weißen Bö-Gleiter. Hat auch coole Animationen. Dann im Prinzip das Ganze in Rot. Warum man das nicht als zwei verschiedene Stile auf einem Gleiter gemacht hat. Für einen epischen Gleiter. Weiß ich nicht. Finde ich jetzt ein bisschen extrem. Dass man im Prinzip zwei ganze Gleiter kaufen muss. Die beide episch sind. Um die im Prinzip in zwei Farben zu haben. Weil sie sich wirklich sonst nicht voneinander unterscheiden. Aber nun ja. Dann hatten wir gestern. Ähm, gestern neu im Shop war der, äh, Vulture-Charakter. Hier mit ganz vielen von, äh, ganz vielen Minis irgendwie drin. Hier hinten auch, äh, diese blaue Sensor, so wie man das sind. Ob das jetzt Minis oder whatever sind. Ähm, es geht hier auch durch den ganzen Körper. Sieht ziemlich nice aus eigentlich. Hier sieht auch so richtig, ähm, oder alle, die gesamte Kleidung sehr verschmutzt. Sieht eigentlich echt ganz cool aus. Dann haben wir den blauen Bolzer. Äh, auch ein ganz nicens Sound. Und Zwillingstrotz. Sieht auch ziemlich cool aus. Sieht wieder, so ein bisschen aus wie bei Star Wars die Drohnen. Gefällt mir. Dann haben wir den Seestern-Charakter. Ist im Prinzip eine Qualle. Auch wieder hier mit Quallenfingern und allem und im Prinzip einer Koralle als Backpack. Sieht ziemlich nice aus, sein Star-Charakter. Ist ja immer sehr speziell. Ähm, genauso wie der Fisch-Charakter ja auch schon. Dann haben wir einfach einhändig. Die Zahnseide, die ja der Roboter gemacht hat. Dann haben wir Saxophon-Groove. Dazu müsst ihr allerdings kurz die Musik anschalten. Musik ist auf jeden Fall extrem chillig. Gefällt mir auch. Und dann haben wir hier maskierter Zorn. Als Charakter. Sieht ganz nett aus auf jeden Fall. Als nächstes haben wir Wackeln im Boot. Das ist ganz in Ordnung auf jeden Fall. Und dann haben wir noch Tropenschnitt. Die Spitzhacke sieht auch cool aus. Mit den schönen silbernen Klingen. Gefällt mir auf jeden Fall. Das war's soweit mit dem Shop. Ich hatte hier sogar noch die Combo-Klingen vergessen. Die Combo-Klingen hier sind natürlich auch cool. Die Leute haben so einen schönen Blitz-Effekt wieder. Und dann Mecha-Team-Lackierung. Sieht auch ganz nice aus. Ist jetzt aber nicht die allerbeste Lackierung. Das war's jetzt aber wirklich mit dem Shop. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.